Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Nun habe ich euch in den vorherigen Folgen ja erklärt, wie ich dazu gekommen bin, Hefe selber herzustellen und wie das ganz genau funktioniert. Heute erkläre ich euch, wie ihr es ganz einfach für eure bestehenden Rezepte nutzen könnt und diese leicht umrechnet. Falls ihr es verpasst habt, wie man es macht, schaut euch die Playlist an, da findet ihr alle Folgen von mir und könnt es euch nochmal anhören. Kommen wir jetzt zu der Formel, wie es am einfachsten gelingt. Wichtig zu wissen ist hierbei aber Folgendes. Teige mit der selbst hergestellten Hefe, dem Hefewasser, sind weicher. Das ist einer der zwei wichtigsten Unterschiede zu der gekauften chemischen Hefe. Der zweite ist, dass die Teige zum Aufgehen länger benötigen, also mit 30 bis 60 Minuten kommt ihr nicht mehr aus. Die Gehzeit für den Teig beträgt 8 bis 12 Stunden. Je nachdem, wie stark euer Hefewasser ist und wie fetthaltig eure Zutaten. Das schreckt viele Hobbybäckern natürlich ab, aber ich habe hierfür natürlich noch viele Tipps und Tricks für euch parat. Also bleibt unbedingt dran. Stellt euch nun vor, ihr möchtet jetzt ein Brot backen. Das Rezept lautet 500 Gramm Mehl, 7 Gramm Salz, ein halber Würfel Backhefe und 300 Milliliter Wasser. Die Umrechnung ist nun sehr einfach. Ich kalkuliere meistens 100 Milliliter Hefewasser für 500 Gramm Mehl. Das heißt, das neue Rezept für dieses Brot lautet nun 500 Gramm Mehl, 7 Gramm Salz, diese beiden Zutaten bleiben also gleich, und dann 100 Milliliter Hefewasser und 200 Milliliter Wasser. Das heißt, ich habe die künstliche Hefe rausgenommen und die 100 Milliliter wilde Hefe gleiche ich aus und reduziere damit dann die Menge vom Wasser aus dem Rezept. Doch es gibt tatsächlich auch Rezepte, da ist das gar nicht so einfach. Gerade bei einigen Gebäck wie zum Beispiel einen Christstollen. Da ist schon so wenig Flüssigkeit, dass dies eine Herausforderung wird. Aber natürlich habe ich da auch ganz Tolles für euch und probiere auch immer wieder Neues für euch aus und lerne dabei natürlich auch ständig dazu. Zum Beispiel habe ich vor vielen Jahren einen Hefezopf für euch gebacken. Vor kurzem habe ich das Rezept noch einfacher gemacht und optimiert und freue mich auch immer über euer Gebäck, dass ihr nachbackt und mir dann über Instagram oder Facebook zeigt bzw. ihr mich dann hierbei verlinkt. Habt ihr jetzt Lust auf mehr bekommen? Dann folgt mir, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Und wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung. Wir hören uns bald wieder. Liebe Grüße, eure Emma